Mit nur eins. Ich schau auch noch mal einen raus. Alter, die ist aber ganz schön abgefackelt von drinnen oder was? Sieht ja richtig scheiße aus. 166 US-Dollar aktuell. Ah, jetzt geht es. Ja, hier gibt es halt kaum Gravity, da musst du auch nicht aufpassen. Ja, aber der kann nicht von alleine rückwärts fahren, was soll denn der Schatz? Ja. Richter da auch. Bist du dein Ding schon draußen? Ich bin schon unterwegs. Ich habe mich festgerammelt. Ich versuche, die aus der waffenfreien Zone rauszukommen. So, jetzt bin ich aus der waffenfreien Zone. Alter, das Ding ballert natürlich wie das Böse, ne? Der Fahrer-Geschützt-Turm. So, jetzt stecke ich fest. Oh, jetzt stecke ich fest. Ich bin fest. Hey, der schwebt doch noch ein bisschen. So, gucken wir mal, was man hier sieht. Come on. Cool. So, da haben wir Systeme-Targets. Enter remote turret. Das war's. Jetzt müsstest du mal mit dem Schiff spawnen, ey. Dann würde ich dich mal aufs Kurm nehmen, Alter. Mein abfeuern, wenn du kein Target hast, kannst du die Misser jetzt nicht abfeuern. Wie kann ich mich feuern? Kann nicht schießen mit dem Ding, oder? Ja, das Ding schießt ja gar nicht, warum? Weil waffenfreie Zone. Aha, ich denke du wärst schon draußen. Ich bin draußen. Kannst du ja auch nicht schießen. Doch, doch, ich bin draußen, aber du bist noch drin. Jetzt bin ich draußen. Aber ich kann dich nicht anvisieren, also. Ja, geil, die Schrot kommt aber nicht an bis hier, ist zu weit weg. Lösen sich vorher auf. Musst du näher kommen. Musst du locker nochmal 500 Meter kommen. Bis auf 1000 wahrscheinlich. Ja, jetzt müsstest du mich treffen. Und macht zu viel Schaden. Na ja, das Fahrzeug ist nicht so stark gepanzert, ist schwer zu sagen, hat nicht so ein starkes Schild das Fahrzeug. Das ist natürlich, wenn du umso näher kommst, umso mehr Projektile treffen, umso stärker wird's, ne? Mach das nicht so gut. Das war's. Siehst du? Ja. Ich hab keinen Crime-State gekriegt. Ich kann nicht so gut finden. Untertitelung des ZDF, 2020